Musik Hallo Österreich, wir freuen uns hier auf dem Red Bull Ring zu sein. Neben mir sitzt Peter Carlsen, ein großer Fan dieser Rennstrecke. Das stimmt, Danken. Und zwar, weil es auf dieser Strecke schon immer um halbbrecherische Geschwindigkeit geht. Es gibt unglaubliche Abschnitte auf diesem Kurs, die die Fahrer einfach unglücklich machen. Und uns macht es glücklich, dabei zuzusehen, vor allem angesichts der Talente, die hier antreten. Freuen wir uns also auf einen großartigen Renntag. Die Fahrer kann in Richtung des Rennstrecke. Die Fahrer kann in Richtung des Rennstrecke. Die Fahrer kann in Richtung des Rennstrecke. Spreiten. 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 Spreiten zках. Piece of Steiner. stes Mal. Piece of Steiner. Spreiten. 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 Geriten. Spreiten. Und zusammen. . Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018